Ich liebe es, auf der Klaviatur des Lebens zu spielen. Also auf der einen Seite Party, auf der anderen Seite ja, in die Versenkung gehen, in die Meditation. So liebe ich mein Leben zwischen Vollgas und Om. Also ich arbeite als Yogalehrerin, Meditationscoach. Ich werde gebucht für Vorträge. Doch ganz ehrlich, in allererster Linie bin ich Mensch. Ich bin einfach nur Mensch, der sein Glück mit anderen Menschen teilen möchte, weil ich Menschen ermutigen möchte, geh deinen Weg. Liebe dich selbst, lebe dein Leben so, wie es dir gefällt, weil es lohnt sich. Die meisten Menschen haben ihren Lebenstraum vergessen. Ich nutze in meinen Vorträgen immer meine Schneekugel. Hier im Hintergrund siehst du mein Vision Board. Das ist mein Lebenstraum, wie ich gerne mein Leben leben möchte. Und wenn ich aber tagtäglich in Action bin, ständig hin und her, und dieser Schnee sind sozusagen meine Gedanken und die ganzen Reize, die auf mich einwirken. Sobald ich aber in die Stille gehe, in die Ruhe komme, mich hinsetze, haben meine Gedanken. Hier sinken sie nach unten. Beim Meditieren sagt man die Gedanken, wir fliegen. Das ist völlig egal, jedenfalls, was wir schaffen beim Meditieren. Dadurch, dass wir uns fokussieren, setzen sich die Gedanken. Sprich, wir werden klar in unserem Kopf und haben die Chance, wieder in unseren Lebenstraum anzudocken. Ich habe zwei Monate in einem buddhistischen Waldkloster in Myanmar meditiert. Und zwei Monate hieß das für mich, nicht reden, sprich schweigen und alles in Zeitlupe zu machen. Selbst das Zähneputzen, selbst das kalte Duschen am Morgen, selbst das Umdrehen in der Nacht in meinem Schlafsack. Alles, alles wirklich in Zeitlupe. Und wir haben von morgens um drei war der Weggong von halb vier bis abends um halb zehn gesessen und meditiert. Und letztendlich abwechselnd eine Stunde Sitzmeditation, eine Stunde Gehmeditation. Und das Abgefahrenste, was ich dort so für mich erlebt habe, da passieren Wunder. Da passieren magische Dinge, die ich mittlerweile weiß, dass sie auch in unserem tagtäglichen Leben passieren. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, meine Gedanken zu beobachten. Und darüber Gedanken, damit kreieren wir unser Leben. Nicht jeder möchte für zwei Monate in ein Kloster gehen, um das zu lernen. Und das ist ein Beweggrund, weshalb ich auch das Buch geschrieben habe. Weil in diesem Buch habe ich ganz viele leicht umsetzbare praktische Übungen einfließen lassen. Mir persönlich geht es um das Wachwerden, um das Kurzmal innehalten, um sozusagen auf dem Kompass sich neu zu orientieren. Bin ich auf dem richtigen Weg? Lebe ich mein Leben so, wie es mir wirklich gefällt? Ich dachte früher wirklich, ich wäre ein schlechter Mensch. So Neid und Gier und all diese Dinge. Und ich dachte so, nee, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe über die Meditation, habe ich die Liebe zu mir selber entdeckt. Und natürlich die Liebe zu anderen. Und jetzt spreche ich hier nicht von dieser körperlichen Liebe, sondern von der allumfassenden Liebe, die wirklich glücklich macht.